Der Firejet 125 von AGM Motors. Genießen Sie das Fahrvergnügen bereits ab 18 Jahren und mit normalem Autoführerschein, wenn Sie diesen vor dem 1.4.80 erworben haben. Dank Steuerfreiheit und einem Versicherungsbeitrag von nur etwa 65 Euro im Jahr ist er günstig im Unterhalt. Die extra großen Scheinwerfer sorgen auch im Dunkeln für beste Sicht. Selbst große Fahrer haben ausreichend Platz. Ein Blickfang sind die in Fahrzeugfarbe lackierten 13 Zoll Alufelgen mit Sportreifen. Für ein sicheres Fahrerlebnis sorgen die Zweikolbenscheibenbremsen zusammen mit der aus der Motorradszene bekannten Stahlflex-Bremsleitung. Ebenfalls serienmäßig verfügt der Firejet 125. Neben einem Sportauspuff über ein Staufach unter dem Sitz sowie einen Elektro- und Kickstarter. Das in Carbon-Optik gehaltene Cockpit ist mit einer Digitaluhr ausgestattet. Holen Sie sich Ihren persönlichen Firejet, entweder in rot-schwarz oder gelb-schwarz. Das ist der Firejet 125. Auf einen Blick.